Soweit ich mich daran erinnere, ist es so, dass sie einfach offener war, zugewandter war als vorher. Wenn so etwas für die Kinder dabei herumkommt, ist es sicherlich ein Benefit, also das heißt etwas Positives für die Kinder, aber auch für die Familie, die mit diesen Kindern umzugehen hat. Und aus diesem Grunde gesehen, denke ich, ist es durchaus von Vorteil, wenn Eltern die Möglichkeit haben, eine solche zugegebenermaßen teure Therapie auch wahrzunehmen, auch unter dem Aspekt, dass diese Familien doch aufgrund dieser schweren Erkrankung selten positive oder viele freudige Erlebnisse mit diesen Kindern haben. Und so ist es doppelt wichtig, dass man ihnen die Möglichkeit schafft, immer wieder mal auch positive Ereignisse bei ihren Kindern zu beobachten. Wie es tatsächlich zustande kommt, kann man wissenschaftlich, glaube ich, nicht so gut erklären. Es sind natürlich viele Reize, die bei diesen Kindern wirken. Es ist das andere Umfeld, es ist die Tatsache, im Wasser zu sein, es ist die Tatsache, andere Oberflächen zu berühren. Also alles viele Reize, die wir als gesunde Normalpersonen für Selbstverständlich halten, die sind für diese Kinder neu und schaffen vielleicht zusätzlichen Input, der dazu führt, dass eben doch die Aufmerksamkeit, die Konzentration, die Zugewandtheit, die Kommunikation besser wird.